Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute passen zu dem erst kürzlich erschienenen neuen Structure Deck Legend of the Crystals sieben Fakten über den Regenbogendrachen. Der Regenbogendrache taucht in den Artworks von Erwachen der Kristallultimaten, Regenbogenbrücke der Erlösung, Regenbogenbrücke des Herzens, Überfusion, Regenbogenpfad und Regenbogenlichtbrechung auf. Wie der Name schon sagt, basiert die Karte auf einem Regenbogen und ist die Kombination der sieben ursprünglichen Kristallungeheuer, die alle für eine Farbe des Regenbogens stehen. Rubinkafunkel für die Farbe Rot, Bernsteinmammut für Orange, Topastiger für Gelb, Smaragdschildkröte für Grün, Saphirpegasus für Hellblau, Kobaltadler für Indigo und Amethystkatze für Violett. Der Regenbogendrache ist die Signature-Karte von Jesse Anderson und wird das erste Mal in Episode 107 von Yu-Gi-Oh! GX erwähnt. Es sollte aber 23 weitere Episoden dauern, bis der Regenbogendrache das erste Mal beschworen wird. Und zwar aus folgendem Grund. In Episode 107 existierte die Karte der Regenbogendrache noch gar nicht. Jesse musste erst den Steindruck des Regenbogendrachen finden, damit Maximilian Pegasus eine Karte daraus machen konnte. Ohne jetzt zu viel zu verraten, fand Industrial Illusions den Steindruck, Pegasus scannte ihn, dann gab es noch ein Duell zwischen Zane und Jesse, um ein Portal zu öffnen in die andere Dimension, wo Jesse dann schlussendlich seine Karte erhielt und ihn das erste Mal beschwören konnte. Der Regenbogendrache ist die Coverkarte vom 2007 erschienenen Booster Tactical Evolution und auch eine der Coverkarten der Collectible Tins 2007 Wave 2, dem Dualist Pack Jesse Anderson und dem nur im OCG erschienenen Booster Dualist Edition Volume 2. Der Angriffsname vom Regenbogendrachen in der japanischen Version von Yu-Gi-Oh-Gi-X, Over the Rainbow, ist eine Anspielung auf das Titellied des Films Der Zauberer von Oz. Der Regenbogendrache erhielt über die Jahre mehrere Gegenstücke. Ein böses Gegenstück mit Regenbogenfinsternisdrache, dann den niederträchtigen Regenbogendrachen, eine jüngere Form mit Kristallungeheuer Regenbogendrache und zwei Fusionsmonster mit Regenbogenüberdrache und dem gerade erst erschienenen ultimativer Kristall-Regenbogendrache Overdrive. Außerdem hat der Regenbogendrache noch eine Fusion mit Elementarhelden Neos in Form von Regenbogenneos. Der Regenbogendrache war die allererste Karte, die im OCG als Holographic Rare und im TCG als Ghost Rare veröffentlicht wurde. Einige Ghost Rare Drucker der ersten Auflage dieser Karte in Gladiators Assault wurden mit dem Artwork von Elementarheld Chaos Neos falsch bedruckt. Diese Missprints werden aktuell für etwa 800 bis 3500 Euro angeboten. Und damit sind wir schon wieder am Ende von diesem Video angekommen. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zusehen und möge das Herz der Karten euch leiten.